Hallo und herzlich willkommen bei mir auf YouTube und auch auf Twitch. Wir spielen ein Let's Play Cloud Pirates. Grüßt euch Leute. Ja, der Storm und ich haben uns ein bisschen mit der Victoria und der Orkan eingespielt. Ich mit der Victoria, er mit dem Orkan und ich glaube, das bleibt mir auch bei, oder? Funktioniert ganz gut, finde ich, bis jetzt. Ja, dann wähl mal den Orkan aus. Dann go. Mal gucken. Es kommt ja auch aufs Game an, also im Deathmatch funktioniert es ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob das auch in den anderen Modis so gut funktioniert, wo es vielleicht nicht nur darauf ankommt, die anderen umzuholzen. Wir werden mal sehen. Ich weiß nicht, das Gamer hat mir auch so ein bisschen einen Freelancer. Ja, ein bisschen. Soll ich vom Gameplay her. Jetzt haben wir Fracht-Eskorte. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das immer noch was bringt, ne? Mhm. Ich finde es trotzdem, für ein Free-to-Play ist mal was anderes. Ja. Ich meine, an sich... Ich finde es irgendwie an World of Tanks oder so, finde ich halt. Naja, aber bei World of Tanks hast du keine richtigen Klassen, ne? Na doch, das hat sich richtig krass. Also da hast du übelste Klassen bei World of Tanks. Du hast halt Panzer, aber können andere Panzer healen? Ne, ne? Ja, es gibt ja Jagdpanzer, es gibt Artillerie. Ja, aber so richtig, also wie hier jetzt mit Heal und taktischen Elementen ist eigentlich nicht. Ich meine, es ist bei mir jetzt auch lange her, dass ich... Ich bin halt ich mit Heal, ne? Aber es gibt auch halt... Ich glaube, man kann auch reparieren oder sowas. Das geht auch. Ich meine, es ist zwar super lange her, dass ich World of Tanks gespielt habe. Hier ist eine Viktoria auf A. So, du bist off. Achso, wir sind verschiedene... Ja, es ist okay, es ist okay, es ist okay, es ist okay. Ja, es ist okay. Alter, ich sehe gerade zum ersten Mal wie eine Sperger richtig krass ballert, man. Die geht ja richtig auf Entfernung. Ja, es ist okay, es ist okay. So, wir müssen ganz schnell zu unserem Konvoi, der kriegt nämlich auf die Mappe. Mhm. Oh Gott, mal sehen, ob ich ihn noch heilen kann. Ich glaube, der ist zu weit weg, da kommen wir nie ran. Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich da noch rankomme. Oder? Den kannst du in Ruhe heilen. Wir haben die Jäger abgeschossen. Hey, 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 nochmal Glück gehabt, ey. Alter, das gab bösartig Punkte. Nein, die verschiedene Felsen, die Viktoria. Alter, die Sperrgas geil. Die ballert hier irgendwie von drei Kilometern Entfernung irgendwelche Leute ab. Naja, die hat schon eine nice Range. Holt euch mal die Viktoria da. Ja, die hielt sich gerade. Ja, so krass kann... Boah, die hat den hier verkackt. So krass kann die sich auch nicht heilen. Die spielt dumm. Die wollte das Ding entholen. Dieses Item. Ich geh schon mal nach D, das schafft ihr hier alleine. Ja. Ich glaube, mir ist irgendwas hinterher geflogen nach D. Aber das lenkt ihr wahrscheinlich ab. Ob das bei euch ist. Okay, das... Nee, da ist mir was bei D hinterher geflogen. Okay, ich komm mit. Ja, das ist so ein Donner, Alter. Verpiss dich. Der will jetzt seine... Ah, der will mich. Aber der kriegt mich nicht, weil er dumm ist. Wenn du mir entgegenfliegst, ich kann mich porten. Ich bin, glaube ich, ziemlich schnell bei dir. Jetzt ist er sauer. Jetzt schießt er einfach. Der kriegt mich nicht, Alter. Hi, Gentleman. Jetzt steht er hier und ist unsichtbar und denke, ich sehe ihn nicht. Du Lumpenhund. Jetzt kriegt ihr ihn. Wie er mich holen wollte, Alter. Wie er mich holen wollte. Ja, ich habe meine Mini mir beim Auge, Bro. Ich weiß, wofür das Ding da ist. Don't fuck. Alter, wir haben gleich... Wir haben zwei Konvois hier unterwegs, ne? Ich glaube, wir haben gleich gewonnen. Oder ich mache den Orkan da. Okay, die spielen richtig nab, lortig. Ist ja gar kein Stress hier, das Game. Kann ich ja sogar mal mitrotzen. Sind die dumm, Alter? Die kommen immer alleine und dann kriegen die auf die Fresse? Wir ballern zu dritt. Immer alle einzeln ab. Total verrückt. Aber so haben vorhin unser Team auch gesprochen. Aber das bringt doch auch nichts, einfach immer nur alleine zu kommen. Ist doch Kanonenfutter sowas. Ist ja wohl mal völlig sinnlos. Oh, das war ein sehr easy Game, würde ich sagen. Die haben ja gar nichts gerissen, Alter. Hm, die waren alle sehr vereinzelt. Die haben ja als Team hier geplayt. Geplayt. Die haben hart geplayt. Jürg, gleich das nächste? Oder kannst du was ausbauen? Achso, eigentlich gute Einwand. Hm. Zwei verschiedene Schilde. Doppelschirm. Doppelschirm zieht er da. Schildkampf. Achso, nee, dann lieber dich. Ich könnte mir jetzt Klasse 2 kaufen. Nee, machen wir doch nicht. Wir bleiben noch bei Klasse 1. Okay. Bau dir erstmal voll aus, die Orkanen, und dann kannst du auch noch auf die nächste Klasse wechseln. Ich bin eigentlich voll ausgebaut jetzt. Eigentlich, oder bist du? Ähm, ich bin. Okay, Kontrollpunkte. Also, ich fliege zu B. Dann go. Wenn mehr als zwei fliegen, fliege ich nicht zu B. Nee, es fliegen nicht mehr als zwei. Okay. Mal pass es. Paar nach. Ich würde lieber zu C. Nee, 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 nee. Es ist doch klar, dass es hier zuerst rot hinfliegt. Komm mal zu B. So ist das erstmal ganz vernünftig. Und jetzt können wir von B Richtung C fliegen. Oh, hier ist es. Schuhe unsichtbar gemacht. Ja, der wird dann sichtbar. Ich habe schon auf die Mappe bekommen. Aber der kriegt mich so schnell nicht down, wenn er mich nicht voll trifft. Schuhe unsichtbar, oder was? Ja. Da kommt noch einer. Der hat es auf mich abgesehen. Okay, ich komme zu dir. Ich brauche ganz dringend hier. Mein Ruder ist beschädigt. Ich laufe Amok. Oh Gott, ich gehe down. Ja, wobei ich glaube, ich konnte mich gerade noch einigermaßen safen. Achtung, da kommt wieder einer. Jetzt hat er mich. Oh nein, der hat dich gekriegt. Ja, ihr müsst auf die Minimap ein bisschen schauen. So was müsst ihr deffen. Du siehst ja, welche von den Pfeilen sich schnell bewegen. Und das sind immer die, die mich zuerst holen wollen. Ja. Aber der ist gut, der Typ, man. Der weiß, was der macht. Naja, klar. Gibt manche von denen, die können ein bisschen was. Auch auf dem Level. Okay, ich komme wieder rein auf B. Der schnackt sich ziemlich viele, Alter. Dafür habt ihr euch den jetzt geholt. Wieder zurück auf A. Gibt es einen Orkan. Oh, ich weiß was. Pass auf. Ja. Der Orkan. Okay, wir müssen uns mal A zurückholen. Erstmal bevor wir zu B zurückfliegen. Ja. Ich teleponiere mich zu A. Ach nö, jetzt wäre so ein dämlicher Felsenweg. Fuck hey, ich sehe gar nicht durch. Ich schaue nicht. Die Map ist so eng mit den Eisbergen. Ist gar nicht so einfach. Okay, ähm. Schauen wir auf die Minimap. Bei A ist nur noch einer. Jetzt geht es so langsam Richtung B. Ich habe den in ihre Viktoria gekillt. Ah, die Donners sind wieder hier. Hol den mal, den ich von der Seite mitbringe. Der will sich dich holen. Pass auf. Ja, weiß ich. Deswegen versuche ich hier die ganze Zeit und so. Der ist unten in der Wolke drin. Ich denke, der kann sich unsichtbar machen. Der kann sich nur unsichtbar machen, wenn wir zulassen, dass wir den nicht treffen. Jetzt zum Beispiel. Genau, jetzt wird er sich mich holen. Da ist er wieder. Ja, wenn du ihn triffst, wird er wieder sichtbar. Scheiße, ich habe cool da auf der Waffe. Der ist auch richtig schnell, der Typ. Okay, da wurde down gemacht. Ja. Dann Richtung C. Wir brauchen dringend mehr Control Points. Wir halten gut, aber wir haben zu wenig Control Points. Ne, jetzt ignorier mal C. Bleib mal lieber A, B. A, B. Wenn die nur einen halten, ist es okay. Ja. Ich bin jetzt alleine auf A. Ich komm, ich bin bei A. Ich glaube, das war nicht so gut. Die werden jetzt alle auf dich gehen. Und jetzt kommt den hier. Sonner. Shit, ich habe ihn gerade nur gesehen, Alter. Hau ab. Port dich raus, sobald du kannst. Ja. Geh tiefer auch. Und links rum um das Haus. Brauchst dich nicht rausporten, aber bleib um das Haus rum. Mhm. Und dann hilft dem Donner. Ich komm nach. Ich baue nicht lang, ich bin gleich da. Drückt aus A raus die anderen. Dürfen A nicht halten. Killt den hier. Keine Angst haben. Ich bin am healen. Da ist wieder den hier. Scheißteil. Der will mich rammen. Na, ich brauche auf den. Ich brauche Torpedos, Mann. Ich habe nie Torpedos. Komm jetzt her, Junge. Ich versuche jetzt in Bewegung zu bleiben, sodass der mich nicht mehr kriegen kann. Na, kommen die an, die Torpedos? Hoffentlich macht er sich... Oh, nee. Er hat sich unsichtbar gemacht. Ja, der wird wieder auf mich gehen wollen. Ich bleib einfach jetzt richtig stark in Bewegung. Ich kann jetzt so... Der ist unter mir, über mir. Der ist die ganze Zeit in meiner Nähe. Ich seh ihn auf der Minimap. Na ja, Arschloch. Da ist er. Bei dir. Pass auf. Ja, ja, ich weiß. Unter mir. Der ist jetzt in der Wolke. Ey, ihr müsst euch mal auf den einschießen, Alter. Ja, jetzt passiert es. Jetzt ist er da unten. Das ist eine richtige Ratte, der Typ. Na, Sneaky Squid. Wie er heißt. Da ist die gegnerische Viktoria. Die müssen wir wegballern. Erledigt. Oh, wir haben noch gewonnen, ey. Natürlich. Ich dachte, wir haben die ganze Zeit im... Naja. Im Minus. Die ganze Zeit zwischen A und B gewechselt haben. Wir müssen nur zwei Points halten. Wir müssen uns nicht noch einen dritten holen. Das ist Luxus. Wenn wir zwei Points halten und die ganze Zeit unter Kontrolle halten, dann ist das okay. Das reicht völlig aus. So, willst du mal auf die nächste Klasse hoch wechseln? Ich glaube zwar, dass wir da auch nicht auf die Fresse kriegen, aber du kannst ja mal probieren. Das ist ja... Aber vergiss nicht, dass du da noch ein Modul auswählen kannst, ne? Ja, der Schub kannst du, glaube ich, immer nur auswählen. Was anderes habe ich auch gerade nicht. Jetzt bin ich Hurricane oder was? Das ist, ja, das nächste. Und ich bin Hoffnung. Ne, warte mal. Ich bin auf Okan. Ja, dann gehen wir auf Hurricane. Ach so. Das kann ich ja machen. Jetzt kann ich auch so Plus drücken. Ja, das ist dieses Modul, was du installieren musst für 100 Gold. Da kann man, glaube ich, nur eins kaufen gerade. Oh ja, okay. Und ansonsten kannst du, glaube ich, sowieso noch nix forschen. Nö. Genau. Also ich habe ja auch keine Points drauf. Okay, ich bin dann... Captain, kann ich mir mittlerweile holen? Nö. Klick mal da oben auf Dekoration. Ja. Dann klapp mal die Pfeile auf bei verfügbare Dekoration. Und klick mal auf eine von den Flaggen. Ähm, verfügbare Dekoration. Da habe ich gar nix. Ach so, auch nicht? Nö. Okay, wahrscheinlich erst nächstes Level. Ich könnte mir was kauf. Ach so, die kann ich gar nicht. Na gut. Dann mach erst mal bereit. Ui, das ging schnell. Was ist das? Kontrollpunkteeroberung. Also Capture. Ganz normal. Ähm, ich gehe auf B und... Ja, ich denke, ich gehe auf B. Alter, die ist ja noch schneller. Die fliegt ja hier über die Map. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fuck, ist die schnell. Die ist aber größer und nicht mehr so wendig. Ah, das nervt. Ich muss unbedingt dann die Wendigkeit wieder erhöhen. Dann zum zu C. Was war das denn hier? Alle machen jetzt das Chicken oder was? Außer der mit seiner kleinen Kaschemme. Na super. Ich weiß nicht, ob das zu schlau ist. Äh, du bist zu weit rein. Du wirst down gehen. Komm mal raus da. Ich kann dich noch nicht so gut healen. Na, hier oben. Ich hole mir diese Schutzschraube hier. Boah, die machen auch nicht Damage, ey. Auf den... Ach, die ist nicht so schön wendig wie die Victoria, ey. Ah, ich kriege übelst auf die Mappe. Bin down. Schade. Das ist doch krass, was ich... Zieht euch mal raus da. Da sind alle. Du musst ein bisschen die Minimap im Auge behalten. Versucht mal da irgendwie rauszukommen. Ich komme in eure Nähe noch. Alles gut, ich bin schon raus. Und jetzt wieder rein. Jetzt sofort wieder rein. Sobald die auch nur den Gedanken von, ah, jetzt wird's wieder ein bisschen entspannter haben, muss man sofort wieder rein. Ich habe nicht mehr so schöne Torpedos wie vorher. Dann muss man alles wieder freispielen. Immer mit der Zeit kommt das. Ich habe auch nicht mehr so eine schöne Heal-Reichweite. Das nervt mich auch gerade ein bisschen. Okay, der ist down. Schau mal den anderen Veteranen da. Puts. Ja, das war nice. Da, die Hoffnung. Das ist ein Healer. Down. Weiskalt. Von links Veteran. Und Hoffnung. Ah, ich gehe down. Ich bin zu unwendig. Das ist behindert. Vorher besser, war? Ja. Richtig dumm. Richtig dumm. 10 HP, Alter. Need help. Fast. Wo hängst du denn? Alter, der hat nix da unten, der Hurricane. Ja, der hat sich weggeportet, ja gut. Ja, aber nach links hat der sich geportet. Bleib dran. Der will mich holen. Ich kann ihn nicht deffen. Aber du bist dort. Jetzt gehe ich down. Keiner ist hinter mir. Ich komme zu dir. Oh, fuck me. Keine Chance gehabt. Kriegen wir noch? Kriegen wir noch? Keine Chance gehabt. Das ist so dumm, wenn der nicht down geht. Das ist ein richtiger Lacker, Alter. Ein richtiger Ficklacker ist das. Scheiße, ey. Ich komme jetzt wieder nach B. Jetzt regt mir das auf den Sack. Wie kann man denn so hart lacken, ey? Das ist viel zu viel los. Alter, Alter. Okay, sehr gut. Du bist hier. Ich bin nieverkundiger. Du bist hier. Mein Heal ist so scheiße gerade. Das war vorher viel besser. No, ist nicht so schlimm. Ich hiel richtig jämmerlich. Ach, mein Schuss, ey Wenn ich mal treffe, ich kriege weniger Damage Da ist so ein Blitz Blitzen oder wie die heißen Das ist der Donner, der vorher mir mal auf den Sack ging Hier, da ist einer Musst mal hier die Hoffnung klatschen Ich komm nicht ran Meine Range ist für den Arsch, Alter Ich will den Leuten immer helfen, aber die porten sich dann weg Und dann ist meine Range vom Garten Gott, wo bin ich reingeflogen, ey Gar nicht gemerkt Irgendwann andere hat so ein Range Problem, ey Keiner schießt, keiner trifft den anderen Wirklich, das ist so witzig Ich muss so nah ran Nicht auf mich Ich bin doch nur Supporter Links neben dir Down Sie schießen sich auf mich ein Hinter dir Du bist, wo denn? Hinter dir Ich seh's Ei, 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 ei Das Ding ist so scheiße Ist so unwendig Ich raste aus So komischer Blitzen Ich hab die Range von der Wasserspritzpistole, ey Bauernfänger Da ist ein Veteran Der hat sich verpisst Der hat gesehen, was hier los ist Wir müssen noch C verteidigen Dann haben wir schon gewonnen Äh, B Naja, ich würd vorsichtig sein Das können wir immer noch verlieren Die sind gerade jetzt nämlich auf Zack, alter Der Wending hier kriegt auch ganz schön auf den Sack Die schießen sich schon wieder auf mich ein Ich muss gucken, dass ich hier wegkomme Ui, 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 ui Geht weg Nicht auf mich Ist sich gerade so weggeportet, ey Aber noch da hingegangen Crazy Also eins schafft man noch Okay Wir erziehen zwar ein kleines bisschen, aber Ist okay Boah, das gab ordentlich Erfahrung und Kohle Ja man, bei mir auch Was ging da ab? Das ist auch schwer, heftig viel geheatet, ey 17k Ich muss auf jeden Fall mehr Schaden machen, der macht es für mich schon Alter, wieso habe ich denn so übertrieben viele Erfahrungspunkte gerade gekriegt Aber kein, kein Geld Echt nicht? Ne, ich hab nur noch 2000 Ach man muss das jedes Mal kaufen Diese Module Das kostet aber nur 100 Nervt, ich hab euch kein Geld, ne? Ja gut, wollen wir dann stelle ich machen? Ja, warte, ich muss nur schnell dazu kaufen Oh nein, ich hab mir voll die Scheiß aufgekauft, verdammt Die andere ist viel besser Okay Oh warte mal Ich hab so eine Schatzkarte, die ich gerade öffne Da kommt irgendwelcher geiler Scheiß raus So, ich muss was reparieren Hä, 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 nein, nein, nein Nicht den Orkan, bist du dumm? Oh, hab Level 6 gerade erreicht Glückwunsch Okay, ich bin bereit Warte mal, jetzt habe ich gerade nochmal einen Schub bekommen Ich hatte irgendwie so eine Schatzkarte Kann ich mir gerade nochmal das Zeug kaufen, was ich freigeschaltet habe Nice Damit kriege ich nochmal einen ordentlichen Push auf dem Schiff Okay, ein bisschen noch die Wendigkeit erhöht Ready, kann losgehen Ja, ich finde das Spiel ganz nett Kannst du sagen, was du willst Oh nee, jetzt müssen wir die Treasures einsammeln Das ist super das Game Siehst du, du hast wieder gesagt, das ist scheiße Sag doch nicht, ein Game ist scheiße, wenn es nice ist Oh, der hat uns Push gegeben, Alter Aber was für ein Push Nice, übelst ein Buff, ey Übelst schnell Der erste ist Purple Oh, die anderen gehen zu Purple Na dann los Weißt du, was Purple ist? Na, lila Naja, er sagt, wir sollen zu Purple gehen Achso Wobei, jetzt kommen ja die anderen schon Man, der haut wieder nur ab, der eine Da kann ich nicht helfen Ich mach gar keinen Schaden Ich mach gar keinen Schaden Wir haben den ersten Schatz abgeliefert Irgendwie Keine Ahnung, wie das passieren konnte Na, wir haben uns irgendwie alle auf einmal zu Tieren geportet Ey, da von links, der Veteran Gib den mal jetzt hier Ich bin zu dem, ich hoffe, nur hier die ganze Zeit Boah, ich geh down Was war denn das, Alter? Jetzt hab ich ihn grad so böse auf die Mappe bekommen Ich erkenne manchmal nicht von Wu Wie kann denn ein Schiff mir so hart Damage machen? Das war wieder so ein Blitzending oder so, ne? Ne, das war ein Orkan Äh, kein Orkan, Harry Die sammeln grad einen Schatz ein Wir haben aber auch einen Ihr müsst den mit dem Schatz deffen Siehst du den da mit dem Totenkopf-Symbol? Ja Der auf das Gelbe zukommt Deft den Deft den Ja Ich komme Scheiße Alter, jetzt müsst ihr den holen von dem, der den geklaut hat Ihr müsst ihn ja nur mal anschießen, damit er nicht so viel Damage hat Der haut ab, das seh ich von hier Ich hab den verlangsamt, na, Käthe Okay, ich komm dich healen Mach dir nicht so Gedanken über den Schaden Hol dir den einfach nur Du bist völlig falsch gesprungen, oder? Ne, das ist richtig, okay Bis hier der Hurricane hat den Wie hält denn der aus? Kann ja sein Ich weiß nicht, Mann Ich mach auch gar kein Damage an den Hä? Was ist denn das? Kann ja sein, dass keiner hier den Damage macht Ich glaube, weil wir alle neu aufgestiegen sind Ey, guck mal, der hat einen Mörder, den Heal gehabt gerade Keine Ahnung, wie man so einen Heal haben kann wie der Wer hielt der denn die ganze Zeit so krass? Der hielt sich selber so krass Ich sag ja, irgendwas ist so völlig krank bei dem Kann irgendwie ballern alle auch den rauf? Keine Ahnung, warum der so einen heftigen Heal hat Ist doch der Wahnsinn Alles schießt auf dich Du musst mal ein bisschen Damage auch verteilen Ich schieße die ganze Zeit Dauer Ey, warum sind denn die anderen so krass? Ich kann nicht mehr Healen, Alter Ich springe weg, sorry Komm einfach geradeaus zu Mein Triebwerk ist ausgefallen Irgendwas ballert hier hart auf mich Das bin ich Ich hab auch irgendwie richtig heftige Crewdowns gerade die ganze Zeit Das nervt extrem Ich weiß nicht, ich muss so dreckige Waffen haben Ich mach kein Damage Nee, das ist... Irgendwie hat dieses Team einen heftigen Damage Ich weiß auch nicht, was da los ist Oh, diese Waffe hier ist so scheiße, die ich gerade habe Meine auch Die hätte ich nicht ausbauen sollen Die hat wirklich die ganze Zeit nur Cooldown Ich bin nur am drehen Das ist so behindert Ich nutze meine ganze Wendigkeit nur, um mich zu drehen Und nicht in den Cooldown reinzulaufen Und dadurch kann ich meine Punkte kaum aufbauen Das ist wirklich die nutzloseste Waffe ever Oh Gott, wir machen uns den nächsten Schade, irgendwas war komisch Irgendwas war wirklich komisch Das habe ich auch gerade nicht verstanden Du raufgerotzt, der hätte kein Damage gemacht Die Waffen, die ich freigeschaltet habe, die waren wirklich für den Garten Und dabei wirkten die eigentlich ganz gut Ich habe wieder auch die Cressa geschlossen irgendwie Guck mal, der hat heute mal 8k Damage gemacht, meine Waffen ist so scheiße Das ist, wenn ich mir so die Stats angucke Ziemlich nice Waffe, aber irgendwie Dann schalte man die hier oben nochmal frei Ich habe kein Gold Das nervt ohne Gold Kann ich dir was schicken, lieber? Nö Noch eine Folge oder raus? Ich muss langsam, gleich muss er da raus Na gut Dann, ja, vielen Dank fürs Einschalten Ja, wir hoffen euch hat es gefallen Und wir sehen euch das nächste Mal wieder Bei einem Let's Play Club Parrots Ciao Leute, bis zum nächsten Mal 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 Ciao Leute, bis zum nächsten Mal